ja da ist das erste gelbe ding was wir abschießen müssen aber ich glaube ja so das zweite weiß ich nicht was der rest ist weiß ich nicht genau ein bisschen gucken irgendwas ist irgendwas gelbes finde hier ich könnte schon mal weiterlaufen ich gehe mal gucken wie irgendwo irgendwas ist hier zum abschießen also ich gehe davon aus dass hier noch irgendwas ist garantiert und sehe ich auch keine gelben dinger irgendwo wo so woher geht es 14 zeit das ist so kack mit dem springen ja echt krise hier wieso muss man immer irgendwelche aktivität mit springen machen was soll der scheiß sie noch mal 30 sekunden zugreifen wo war das so ich nehme die kugel die müssen nicht geschützt sein ich lade auf so radulare aufladen 2 ah hier das zeitding anschießen denn genau gut und die muss die gegner alle wegschießen ne alle gegner wegschießen und die wir sehen auch und die tauchen von mir auf irgendwo irgendwo muss ich mich noch hinstellen da Ihr habt jetzt wieder 30 Sekunden gekriegt So, in der nächsten Phase startet Gleich Sind reingestopft, glaube ich Wir können weiter Wir können weiter Er fliegt auch vorbei Genau, das Problem, was ich auch mal hatte So, da hinten das Ding wieder anschießen Nein, leck mich, du scheiß Warlock Wir hatten jetzt noch mal 30 Sekunden irgendwo rausgeholt Wie war das? Ja, ich muss wissen, wo die Dinger sind alle Hier oder was? Ja gut, dann muss man halt an das Spiel nochmal gucken Also hier sind irgendwo noch so gelbe Dinger zum Anschießen So sieht es mir aus Ja, da ist schon wieder was gefunden irgendwo Okay Okay Ich weiß nicht, bis zu welchen Minuten sie das auflädt Keine Ahnung Hier ist auch nur irgendwo das Dinger hier Gelbe Sachen irgendwo Ah Ja, aber da sind die Dinger dann geflogen Ja, da sind die Dinger dann Ja, da sind die Dinger dann Ja Ich tauche mir jetzt wahrscheinlich auch, wenn droht wird, oder? Ja, irgendwo war hier eins über mir Ja, hier war irgendwo eins Und dann war auch schon halt, ne? Was jetzt? Ja Hier geht's weiter Nein Haben wir mal in die Ecke laufen Stellen wir in die Portale rein Boah, ich kriege da in den Schreikrampf, ey Auf die Schmeisen Auf die Schmeisen einfach Ja Da müssen diese Kugeln draufschmeißen Ist noch irgendwo einer? Ist noch irgendwo einer? Uh, sind noch mehr Zeit, Zeit, Zeit Haben wir noch irgendwo Zeit? Haben wir noch irgendwo einen? Ist noch irgendwo einer gespawnt? 30 Sekunden Ich glaube, die spawnen hier auch immer wieder mal 2 Sekunden mal ausschalten Oder irgendwas Irgendwelche Sachen von mir Okay Okay Na, wenn's wohl wird, spawnt ist Oh, Sparrow Faser Hier ist ja so ein Ding Zum Abschießen Abgeschlossen Die haben's geschafft Komm zurück Komm zurück Komm zurück Los Ja, wir haben's geschafft Dringe tiefer in Wex ein Wir haben's auch geschafft Wir können ja auch irgendwas aktivieren Keine Ahnung Extraierte Abfragedaten Alles mitnehmen Hier Anklicken Alles anklicken Alles anklicken Er fordert alle Spieler Netzwerk Neustart Bezwingen Nein, nicht Netzwerk ist Ich weiß es nicht Quests ist abgeschlossen Quests ist abgeschlossen Und geh mal durchs Portal Ja Ah, hier ist Banner ist hier noch Okay Was geht noch weiter Oh nö Wie viele Phasen sind das denn, ey Da ist noch eins Genau Na, komm schon Oh, hier sind Laserdinger Ich renne rein Geil Einfach weiter rennen Einfach weiter rennen Immer weiter rennen Scheiß auf Keine Ahnung Alle bleiben zurück Ja Die hängen ja eh überall irgendwo versteckt Kiste alle Oh Das ist ja schön, ja Was geht hier los Was ich sammeln Okay Was dann Wohin damit Ich kann mal hier auch Irgendwelche Sachen finden Zum Abschießen Jetzt zeige ich mir Hier irgendwas In Sicht aber nix Wo habt ihr die Dinger eben auch hergekriegt Achso, 20 Stück brauchen wir davon 20 Stück brauchen wir davon Acht noch So ein Obermuckel hier Ach, die Obermuckel gehen 30 Sekunden Die gelben Verdammt Nicht wiederholen Nicht wiederholen Einmal weitermachen Wie gesagt Die Obermuckel Die gelben Die Majors Die geben Zeit So zwei noch Von den Dingern Ja Die verschwinden alle Gut So weiter Schnell, schnell, schnell Das ist brutal Aufschau halten Nach Dingern Hier habt ihr schon eins Oh, warte mal Kann ich wieder rüber Und dann Ja Unten durch Geschafft Ich sehe aber auch keine Keine Dinger gerade hier Keine Zeitbelängerung gerade Das ist ja nichts Aber noch eins Habt ihr ja auch gemacht Ja, habt ihr Oh, schein gerade Boah, scheinbar Fass mich Okay Los Attacke Der Geist hält ganz schön viel aus Nicht so geil Weiß ich nicht, ist euch erstmal egal Spiel erstmal Wir müssen irgendwo Zeit finden dann Wie kriegt man denn hier Zeit? Das hast du schon ausgefunden? Okay Shit, war und Zeit wieder Oder Damage, eins von beiden Ach hier, Damage Hier, die Gelben wieder abschießen, dann gibt es wieder Zeit Die Majors wieder abschießen, hä, doch nicht? Doch, okay Die Gelben abschießen, dann gibt es wieder Zeit Boah Nein Alter, war mir verarschen Müssen wir irgendwo Gelbe finden zum Abschießen Nein Nein Nein, da muss die wegklötzen Die Gelbe finden Die Gelben spawnen immer hinten Wo wir starten Joa, von vorne Ist klar Guck mal eben, was Statt ist von vorne Ja, ne Da bin ich raus So, wir haben es gesehen, bis wohin das geht Das reicht jetzt erstmal Das muss ich irgendwann nochmal machen Aber Da schießt die gelben Dinger ab Überall Sonst könntest du es vergessen So, das war erstmal nur so zum Zeigen Bis dann